m und mann und hallo und herzlich willkommen bei der Feuerwehr auf dem LF mit dabei sind Fabian und Konsorten Fabian und Konsorten Prozent ein Tier entgegen mit ganzem Namen gerade nicht mehr ja sind ja so viele hier ich habe mich nicht vorher durchgelegen die Fassel an die Elie war wohl das Relehrer Marius Mario und mehr das ist eigentlich auch nicht ich habe ein Brett vom Kopf hat die dritte ich habe in der Strecke von mir nicht auf den Weg und machen wir dann heute schönes auf hoch als so erst mal umwerbe das hier ist unsere verkaufszentrale im Endeffekt hier beziehungsweise warte mal ganz kurz ich muss ganz kurz mit party telefonieren hallo patrick im neuen m ich wollte jetzt gleich in der abstrichen werdet wenn du mir ein container zufällt ich muss mal gucken was das da ist Prozent in gut wie gerade erledigt was haben wir dann ich bin mir noch nicht jetzt von 2 was hat 4 Statenbach Hofbrand du machst GF user disconnected from your channel du machst GF oder soll ich nicht mehr ich mach Gruppenführer ja du musst kommen hast du dich überhaupt umgezogen Kind ich fahr das Fahrzeug erst raus meine Fresse fahrer ich hab ein bisschen mehr Zeit bis wir waren vorne bis jetzt hab ich Zeit wer so ein kleiner denn hier steckt bei mir bitte ein ich habe auch mit dem Fahrzeug fahren nein du steckst bei mir ein du bist du vererst hat du fahrst du dann mach ich Gruppenführung hallo wir müssen rumlaufen Sö vorsicht Patrick noch nicht losfahren ne ich bin gerade im Escape Modus ähm wo haben wir ihn denn LF24 mit Rettungssatz Ausfahrt wir fahren hoi moin 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 104 Bayer Tankstelle Mario ich bin Gruppenführer ich die die äh die Statusgebung was los Leitstelle von wo war das 104 ne Leitstelle von LF24 kommt ja 104 Frage gibt es schon weitere Auskunft über den Einsatz ähm nein wir wissen nur dass er in der Richtung der Hauptstraße runter ist also geradeaus und also Feuerwehr wäre geradeaus raus und dann müsste er irgendwie auf die linken Seite liegen ja das ist verstanden Patrick soll die erkunden gehen äh ich hab's schon gesehen irgendwie auf dem Blinkfeld habe ich irgendwas gesehen ok ja dann stell dich mal erstmal hier an die Seite bleib mal so hofer hier war doch nix bei einem ist gerade los Alter wer fährt von euch äh Mario gesagt wurde weil gesagt wurde 104 hier das kann auch mal falsch sein ja ich bin auch falsch abgewogen merkt ich grad Tele 4000 von LF24 kommt äh Mario ich glaub du musst umdrecken ne 104 ist der ganz oben eh nicht falsch nicht falsch das ist total falsch dreh um Mario du hast ja 104 ja 104 ist die du Hammel hihihi bei dem Tankstellen Symbol aber ich sehe immer noch kein Feuer fahr mal links fahr mal links fahr mal links ich hab da was gesehen fahr mal links fahr mal links genau jetzt fahr mal über den Feldweg gib einfach Gas gib Gummi komm komm guck mal TLLF die was gesehen haben TLF 4000 von LF24 kommt TLF 4000 dort habt ihr schon was gefunden ah wir fahr weiter geradeaus ich hab's gefunden weiter geradeaus ich hab was gesehen aber Patrick auf seiner Seite dort auf dem Hof da auf dem Feld Flächenbrand TLF 4000 von LF1624 kommen Fahr bei hier über die Fläche wir haben Feldbrand bei Feld 104 äh beim wo sind wir eigentlich gerade ich bin nämlich noch beim beim Feuerwehrhaus halt das hier ist es nicht das hier ist es gar nicht egal machen wir jetzt das ist ein Feuerwehrhaus wir haben das Feuer gefunden so absitzen ich hab schon Video Titel Einsatz mit Wendung Flächenbrand gemeldet war Einsatz mit unschnellen wenn überhaupt Hofbrand okay so Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit ähm ein B Länge ein äh Verteiler eine B Länge Angriff Trupp mit 2C Rohren mit 2C schläuchen stopp 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 bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen Bleib sitzen wassertrupp zur Brandbekämpfung ohne PA vor. Schlauchtrupp rüstet sich mit PA aus und stellt den Sicherheitsgrupp dar. Was sollen wir machen mit TLS? Wasserversorgung über lange Wege. Einmal von vorne bei der Mühle. Dort haben wir einen Hydranten. Von dort holt ihr Wasser. Ausgerüstet. Abmarsch. Ne, ihr müsst hier hierbleiben. Melder übernimmt Atemschutzüberwachung oder machst du das noch mit? Hm, das kann ich noch mitmachen. Okay. Sieht aber echt gut aus, ne? Das Fahrzeug, Patrick, das ist echt gut gemacht. Ja, das finde ich geil. Ich habe Atemschutz auch rausgeholt. Ja klar, die haben sich ja sowieso. Einfach auch gut aus. Ich habe es passend zu den Franzosen in den Fahrzeugen gemacht. Ich habe es nicht passend. Passend. Ja. Gucken wir mal unter viel dran zu suchen. Ja, hier ist doch einer. Hier. Mario. Geh grad ne Runde. Oh, ah, Polizik kann aus sein gefallen. Mathis. Ja. Hol mal die DL hier ran. Können wir die DL noch einspeisen? Rein theoretisch schon. Dann bau mal bitte den Wasserwerfer auf und positionier den so, dass wir das Feuer von oben noch mit bekämpfen. Hast du nichts von Tele4000 an, Gruppenführer Tele4000? Ja. Dann machen Sie mal bitte uns das Tor auf. Wir haben keinen Schlüssel, komm. Ah, verstanden. Hier. Du dran, hier. Hier. Komm doch. Ja. Dann, du kannst losfahren, die rollt sich von alleine ab. Find auch geil, dass man hier hoch kann. Da kann hier jetzt drauf rumlaufen, Schlauchgruppen holen und so. Ja, das ist geil. Komm, Mario. Hat doch nicht so schnell ausrollen lassen. Ja, genau das machen wir. Ist kaputt, das Fahrzeug. Ja, Schlauch ist bei der Hälfte schon abgerissen. Sehe ich, habe ich da hinten so fliegen sehen. Bei der Geschwindigkeit. Die andere Haspel, dann machen wir das mal ran. Ja, ich mach die andere ran. Ja, ich mach die andere ran. Oh mein Gott, Haspel, Kurt. Ach, wenn das der Oswald-Möster wüsste. Ich glaube, Mario kriegt Tele4000 Fahrverbot. Ja, der kriegt allgemein Fahrverbot. Angeschlossen. Der wird hier Melder, wird der. Der ist die hilflose Frau, die oben auf dem Speicher sitzt und nicht mehr runterkommt. Nun steig mal aus, Maschi. Mach, schmeiß mal deine Pumpe ein oder was. Wir haben kein Wasser mehr auf dem Tele, äh, wir haben kein Wasser mehr auf dem LF. Tatsächlich nicht mehr, nur noch, nur noch 100 Liter, Mann. Abgedreht, weil ich die Pumpe luftsaugen lasse. Fabian, Drehleiter steht, Wasser werden fast angebaut. Ja, verstanden, komm gleich. Von meiner Heckkumpel bei. Dein, dein Tele4000 speist bitte jetzt statt unserem Fahrzeug die Drehleiter zusätzlich ein. Nein, du hast mehrere Abgänge, Vogel. Du musst uns beide einspeisen, dafür hast du so eine Hochleistungspumpe. Reichtung. Wo macht man das dann an der Triller da dran? Hinten. Du hast hier den Schlauch, der runter baumelt. Das ist ein, das ist eine Drehleiter ohne schon Steigleitung. Triller ist mal hoch und legt die hoch. Ne, die ist schon. Du musst sie nur noch unten anschließen, ich hab doch schon angeschraubt. Okay, Wahnsinn. Feuer aus, ich bin mir nicht mehr. Hat überhaupt jemand schon gelöscht? Ja, unsere, hallo, unsere zwei Trupps sind schon voll dabei. Demoks Ruhe bitte. Ja, richtig, das geht so gar nicht. Ja, Matthias. Demoks Fresse, Alter, sonst wirst du gleich weg vom TSL. Nenn mich richtig oder was? Wir haben ein Problem, wir haben ein Problem mit der Pumpe, der drückt ihr doch mal mal weg. Warte, 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 guck mal, guck mal, was mit dem Schlauch passiert. Der rein, der dich einspeist. Mario? Ja? Hast du uns ein Rohr zugedreht? Nee. Ich hab' kein Rohr zugedreht. Ich hab' kein Rohr zugedreht. Ja, aber ein Schlauchungsplan. Mario hat noch die Verteiler nicht gemeldet. Ich, 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 ich geh mal in Richtung Hydrant verdient. Ja. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich würde sagen, da wir jetzt gerade voll in der Brandbekämpfung sind und das Feuer schon fast aus ist, bis wir jetzt nur noch ein bisschen rumgehen und das auspatschen. Würde ich sagen, dass wir mit diesem synchronisiert werden mit anderen Spielern diese Aufnahme beenden. Und wir sehen uns in der nächsten. Ciao, ciao! So, lasst ein Abo da und ein Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.